R-E-W-R-M-S-I-D-E-T 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 Ja Leute, was geht? Willkommen zu einer wunderschönen Runde von Fortnite Mit dabei ist heute leider Petrit Hallo Und Hauptner und Beni, guten Tag Jungs Hallo Es heißt Benny, nicht Beni Es ist mit einem N, Junge, was willst du von mir, Digger? Das ist so... Petrit, alter, triggert Petrit, alter Hauptner, hast du Hexquid am Start? Ja, wie immer Stabile Nummer, alter Stabile Nummer Lass mal direkt Titel klären Ohne Witz, hab ich letztes Mal schon gehabt, hat funktioniert Das Ding ist, Leute, ich hab in der Zwischenzeit ein bisschen gespielt Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben eben die Runde gespielt Ich hatte vier Kills, Petrit wieder null Das spricht auf jeden Fall... Ich hatte gerade fünf Kills, die da drin Spricht auf jeden Fall wieder für sich, ne Petrit streamt nebenbei noch, aber das ist irrelevant Weil, keine Ahnung, keiner hat gut gestreamt von Petrit Von daher... Also, gestern hatten wir gute Zuschauerzahlen, das ist jetzt meine Community... Defamieren wäre das deutsche Wort dafür Ja, ja... Auch falls... Gott, seit Brevi hast du dir so einen Wortschiss angeeignet Der fuckt mich so ab Gehen wir Pleasant Park? Sollen wir Pleasant Park runter? Okay, ja... Okay, Pleasant Park hört sich geil an Bei mir schwebt schon einer im Haus, aber der kann komplett vergessen, dass er das hier bekommt, alter Bin sowas von früh, Junge, Early Birds, was geht? Alter Hier ist auf jeden Fall jemand drinnen im Haus, Benny Ja Hast du was Hauptner? Ich glaube, der hat eine Falle aufgestellt, oder? Ja, ja, hat er, hat er Okay, halte Draußen, draußen Irg direkt Lass connecten Oh mein Gott, der hatte die Falle in diesem Raum hier drinnen, der Bastard, Alter Ja, ich bin down, ich bin down, ich bin down Finischt der? Ich hab den? Okay Pass auf mit der Falle, pass auf mit der Falle War räudig von ihm, aber egal, wir leben noch alle Oh mein Gott, ja, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's Ich, ich hol ihn Lord, gib mir einfach den Lucky Head hier in seiner Vergeltung, ja Oh Mist, Geburt, Alter Oh Mist, Geburt, jetzt siehst du, was du davon hast, hä? Oh ja, geil Nice one, let's go Auf geht's, boah, vor unserem Haus, vor unserem Haus bauen richtig viele Oh, der hat schon gekauft Ey, da kamen auch zwei Leute da hinten Oh Gott Ich hab keine Money mehr, Mann Ripp, Broke Ja, die kommen zu mir, Alter Alter, die sind alle da, die sind alle da, oh no Hä? Oh mein Gott Ja, Digga, ich krieg den einen noch down, oder was? Ja, das war's auf jeden Fall von der Einführungsrunde extrem stabil, so, jetzt können wir auch gewinnen Weil die erste Runde geht immer in die Kasten, Jungs, das wisst ihr, die geht immer, die geht immer daneben, deshalb würd ich jetzt einfach sagen, Auf geht's, da kommt Sollen wir retail oder sowas gehen, sollen wir safe spielen? Ja, retain ist safe, du willst winnen, also retail Ja, auf geht's, jungs, dann würd ich sagen, 3-2 sind raus, hier, so schön dahin jetzt hier Wenn der jetzt hier auf diesem Haus landet ich. Was ist ein Bot, Digga. Hey, sind hier viele Leute gelandet? Habt ihr das gesehen? Ciao, Kakao. Ich komm zu dir. Alles gut, alles gut. Er macht jetzt so, als wär das so... Easy, Alter. Junge, er hatte ne grüne Schrotflinte, konnte mich nicht töten, Digga. Ich hab ihm einfach gegeben. Boah, ich zipp mir die erstmal hier. Ganz halblich hinterm Regal. Alter, schön reinstellen in den geilen Müll. Und auf geht's. So, komm. In den Westen sind noch ein paar Leute. Da zerrät das auch hier. Wir lassen mal stauben, Digga. Mir connected kein Schuss. Bei wen? Bei mir auch nicht. Aber da liegen große Tränke und sowas. Die kann ich mir dann nehmen. Das ist ja super, Jungs. Die müssen einfach Bandagiers liegen. Geh mal in den Trank, bitte. Boah, die Scar, darf ich die auch nutzen, Alter? Das war meine Waffe. Wer hat jetzt die Scar genommen? Also, ich weiß nicht. Also, Jungs, wenn ich vielleicht... Patrick, wie viele Kills hast du denn schon? Zwei. Oh, okay. Stabil. Nee, er wollte mich wieder fronten, Digga. Okay, aha, Benni. Du hast noch keinen Kill. Was ist da los? Ja, ihr habt mir die Kills abgestaubt. Ah, ja, ganz vergessen. Und dann hast du meine Waffe geklaut, ja? Ich? Das ist sowas von blöd. Die ist lila Neskada hinter dem Inventar. Die hab ich nicht. Ich hab die nicht. Die hat irgendwer anders genommen. Ich schwöre, ich hab die nicht. Ich schwöre dir, ich habe die nicht. Ehrlich jetzt. Schwöre auf Patrick. Digga, Patrick schwöre ich einfach so. Ist mir egal. Scheiß auf Patrick. Aber ich hab die Waffe wirklich nicht. Ich hab die ehrlich nicht. Guuuuuhu. Vielleicht hab ich sie. Ey, Hauptner, du dreckiger. Digga. Ansage, Ansage direkt. Das ist hier noch ungelootet, also gönnt euch. Warst du oben bei der Kiste? Sag grad schon, ich hätte keine Kiste bei dir. Aber ich hab doch. Jamon. Okay, Ska. Bam. Schade. Nur Scheiße. Egal. Die ist ganz cool, die nehm ich. Ja, wenn jemand halt ne farbige M4 hat, so würd ich nehmen. Ich hab nur graue. Ich hab ne blaue M4 für dich. Ja, da war ne blaue. Alter Getreide. Danke schön, Patrick. Ich liebe dich dafür. Ich seh aber auch hier keinen Motherfucker. Hier ist niemand, Alter. Voll die schöne Wanderung, die wir machen, Jungs. Geile Zeit. Da vorne. Nordwesten ist ein Gegner. Ja, Junge, wie ihr den gespottet hat, Alter. Ja, Adelaugen, Digga. Ja, den kriegen wir ja niemals down, Alter. Ey, klar, den holen wir. Ja, ich hab nicht zum Zoom, Junge. Dahinter sind noch ein paar. Ja, das sind deine Mails wahrscheinlich dann, ne? Ja, da läuft links, da läuft links. Oben am Berg einer. Ja, ja. Pass auf. Einer genau. Gucken, dass wir nicht gesandwiched werden oder sowas. Sau nice. Ja, Tereaki wär schon lecker jetzt. Das war sowas von mein Kill mal wieder und ich raste aus, ne? Wo sind Schlüssel noch? Wo sind Schlüssel? Von Norden? Ich glaub schon, ja. Westen, Westen. Hat Hits. Die sind One Shot. Easy, wo sind die? Hat Hits, ist down. Nice. Sehr gut, wo sind die? Weiter hinter der Hütte, Digga. Einer genockt noch. Einer, der letztes auch noch. Hä? Schau, Kakao, Digga. Jungs, ich komm nicht hinterher. Nein, hab ich nicht. Hast du eine Ska? Ja, Easy. Nimm die Aufnahme, Digga. Easy. Ey! Gib doch jetzt, du hast schon eine. Ich hab keine. Achso. Du hast deine eben abgenommen bekommen. Ja, Jungs, sollen wir mal wegen Zone gucken? Ich meine Zeit ist so, ne? Ja, die Grenze will auf jeden Fall sagen. Also, Digga. Oh mein Gott. Zone ist kritisch. Hinter uns. NW, NW, NW. Aus der Zone noch, oder was? Ja, ja. Hat einen Schuss bekommen. Ist down. Nice. Ja, lass weitergehen, komm. Ey, wir müssen wirklich laufen, Jungs. Wir schaffen das nicht. Ne, ich bin Sniper. Ist mir so egal. Ich hab keine Bunches aus. Ich hab keine Bunches aus dabei. Das ist voll schwierig, Mann. Ich hab 15 Stück. Ja, easy, okay. Dann können wir teilen, dann kriegen wir's hin. Wie gesagt, tut mir leid. Oh mein Gott. Von oben noch, oder was? Ne, von links. Das ist die Depot. Ja, das ist die Depot. Das ist die Depot, das ist die Depot, ja, ja. Wir müssen die Zone, Alter. Ja, das ist die Zone. Scheiß auf die, scheiß auf die. Die verrecken einfach, weil die dumm sind. Wenn ihr mich jetzt trifft, ne. Ich schwöre, ich baller Tastatur gegen Mann. Mach mal bitte weg. Ne, ich dropp dir ein Mini-Shield hier. Ne, ich brauch nix. Nimm mit. Man denkt immer halt auf der Map, das ist halt so krank weit weg. Aber eigentlich sind die Distanzen ja gar nicht so groß bei dem Spiel. Das muss man halt dazu sagen. Man kann ja wirklich, glaube ich, innerhalb von, geschätzt würde ich jetzt sagen, von der oberen linken Hälfte bis zur unteren rechten Hälfte, sieben, acht Minuten oder so was man läuft vielleicht. Schafft man locker. So, deshalb. Kommen wir mal ganz kurz Kill zwischen Stand. Ja, Bruder. Äh, Benni. Bei uns läuft nicht, ne? Nö. Petrit klaut alle Kinds. Ja, ist echt so, oder? Ist wirklich so. Wir gucken dann, wer am meisten Schaden gemacht hat. Mhm, okay. Was Damage dealt. Ja. Was da drin? Goldene Ska? Ist meine. Nö, jetzt ist sie meine. Ey Bruder, warte, ich geb dir doch, ich geb dir hier die Nummer. Bruder, du hast ne Ska. Ja, aber keine goldene. Ja, der kann ja gleich in den Tisch. Komm, Benni. Komm, Benni. Goldene Ska, das ist easy, easy Klicks. Ja, mach Samhnel. Tu sie weiter runter, mach Samhnel schnell. Ne. Oh mein Gott. Oh. Okay, danke Jungs. Creator ist fertig. Der größte Bait des Jahrhunderts, Alter. Ihr seid alle drauf reingefallen. Es ist ja kein Clickbait. Es ist ja passiert. Es ist ja passiert so. Es ist ja passiert. Ey, komm mal hier, bei dem Chinesenturm ist noch ne Kiste drinne. Ja, locker, Digga. Viertes Gold Ska, Digga. Junge, das wär so krank. Ey, diese ganzen Leute, die hinten aus der Zone jetzt kommen, die müssten ja jetzt eigentlich direkt hinter... Ja, das ist abfangen. Ja, auf jeden Fall. Oben ist noch ne Kiste und unten ist auch eine. Ich geh unten. Boah, bitte noch ne Ska. Bitte, bitte, bitte. Nein, leider nicht. Rewi, komm mal her. Lass mal try an. Lass mal try an. Lass mal try an. Lass mal try an. Stell dich vor mich. Komm. Ich weiß nicht wie. So, ja. Und jetzt spring. Ah, ich wollte das nicht machen. Ah. Ey. Weißt du tot, Digga. Ich seh den Gegner. Er ist runter. Die Gegner kommen. Ja, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte die Gegner ficken. Von links, von links, von links, von links. Äh, Petrit hier rechts am Baum, rechts am Baum, rechts am Baum. Auch noch einer. Ja, ja. Weißt wo der ist. Oben am Berg, oben am Berg auch noch einer. Oh, die Achtung vom Baum. Einer down. Noch einer, noch einer. Noch einer down. Und der letzte ist hier oben. Oben ist letzter. Baut, 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 baut. Ja, sehr geil, Alter. Der leckere Loot. Ich muss unbedingt heilen. Ich muss heilen. Ich hab einen davon. No, ich hab ihm gegeben. Wo sind die? Oben, oder? Ja, oben, ganz oben. Einen hab ich schon gefinisht. Sehr geil. Ist down. Heiß Hauptmann. Ja, Jungs, lass weiter pushen in die Richtung, oder? Wie sieht's jetzt mit Kills aus? Ah, damn, ich lieg hinten, Alter. Auf geht's, Jungs. Auf geht's. Das ist erstmal feiern. Ey, noch zwölf Gegner, noch zwölf Gegner, noch zwölf Gegner. Warte, hier unten. Von links, von links, von links, von links. Meinst du, da hängt noch einer? Nee, war da einer. In diesem Loch drinnen. Nee, ich hab keinen gesehen. Aber irgendwo muss hier noch einer rumpümmeln. Ja, passt auf. Da ist unten einer auf der Wiese. Ja, ich seh ihn, der läuft weg. Äh, Süd-Ose. Hab ihn! Ja, es ist egal. Ey, da ist noch ne Ska, Junge! Ich schwör, ich schwör, da ist ne goldene Ska noch. Oh mein Gott! 150 auf dem Berg! Nein, das ist Minigun, das ist Minigun. 150 oben am Berg, 150 oben am Berg. Und unten, 105? Egal, lass den in die Zone rein, Zone rein, Zone rein, Zone rein, Jungs. Nicht vergessen. Loll, Digga, wie close die Cyberschüsse sind, Alter. Der ist, äh, low. Nice one. Die sind schlecht, die Gegner oben. Trotzdem nicht unterschätzen. Lass auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir in die Zone rein kommen. Naja. Wir können hochpushen. Ja, der eine ist da oben alleine, Hoppner, jetzt über dir, ne? Ist der nicht schon down? Ich glaub, der ist, ist der komplett gefinished schon? Ich weiß nicht. Auf geht's, Jungs! Rassur! Boah, bitte, lass mich mitmachen, Hoppner, bitte. Wie nice, der ist down. Was soll das? Hier im Nordosten sind noch welche, die kannst du dir gönnen. Hier, liegt noch eine Sky, let's go! Ey, krieg mal meine Sky jetzt, damit ich mal Kills machen kann. Jungs! Viert eine Sky! Neues Thumpel. Komm schon, komm schon, ich will dem Headshot geben. Gib mir die Sky, gib mir die Sky, gib mir die Sky, da kann ich behelfen sein. Nordosten, ne? Ich nehme ja nur noch drei Gegner, das könnten wir echt gewinnen. Ja, die sind beide in Nordosten. Ja, die sind alle da. Die kommen hoch da. Gib mir die Sky, Bruder jetzt. Ah, da ist sie, sorry. Warte, lass mich auch noch Kill machen, ich will auch noch Kill machen. Unbedingt, Alter, muss, 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 muss. Ja, wird nicht greedy. Einer down? Das ist One-Shot, glaub ich. Das ist One-Shot. Pushen? Down? Warte, was wollen wir mit dem Letzten machen? Es lebt immer einer. Warte, hier liegen nochmal zwei Skars. Ey, Jungs, lass mal alles Gas zusammenlegen. Fass mal auf, warte, 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 wir müssen gucken. Ey, nimm so vieles Gas mit, nehmt alles Gas mit, nehmt alles Gas mit, die hier liegen. Och Gott, Rewe, Digga, du bist so der Meister. Ey, ich schwör, jetzt wird rasiert, auf geht's. Oh mein Gott. Wir sterben, weil wir die ablegen, ne? Niemals. Kommt mal mit in die Zone, lass alle in die Zone gehen, lass alle in die Zone gehen. Hallo, wir können nicht so viel Link nehmen. Hallo, hier liegen die Killinge. Ich saue euch hinten mit, ich nehme mal chill. Ich bin zwei mit. Ich hab auch zwei dabei. Hallo, was mit meiner jetzt? Ich brauch auch eine. Ja, ich hab noch eine für dich, alles gut. Ich brauch mir die Kills, also. Alle in die Zone rein und dann, dann legen wir alle nebeneinander, Jungs. Ja, der Typ hängt da vorne bei diesem Baum wahrscheinlich oder so. Lass letzten Kill, Fallen Kill machen. Falle oder, oder totboxen, totboxen, eins von beiden. Näm. Ja, wir müssen wir gucken. Wenn der Spieler schlecht ist, könnten wir ihn totboxen. Okay, Jungs, ich leg hier sämtliches Gas mal hin. Zwei. Okay, wie viel haben wir noch? Ich hab zwei noch. Hauptnah, leg mal dazu. Ich hab gar keine mehr. Okay. Ich hab zwei. Warte. Der geistkranke Loot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Euuuuuuuuhhh. Lass go. Ohhhh. Oh mein Gott. Digga, wo kommt dieser da? Scheiße, Digga. Okay, nehmt euch, bedient euch, Jungs. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Der ist hier vorne bei diesem Baumhaus wahrscheinlich oder? Also wirklich, wie Mann ist ein Troll, ne? Ja, ja, wir töten den richtig lustig, Alter. Wir töten den richtig lustig. Liegt der noch in das Gas? Ich hab hier Fallen. Ich hab hier Fallen. Ich hab hier Fallen. Ich hab hier Fallen. Ich hab nur ne goldene Minigun. Was ist das hier? Goldener Busch. Wo ist der Bauer? Der muss ja irgendwo im Wasser hocken oder hinter einem Baum oder sowas. Ey, wir machen hier jeden alten Baum jetzt kaputt. Boah, der arme, Alter. Ich seh ihn! Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Nicht töten, nicht töten. Ich seh ihn gerade da hinten. Das ist auf jeden Fall kein Bot, Digga. Boxen oder Falle? Boxen oder Falle? Falle, Falle, Falle. Falle oder Boxen, egal. Eins von beiden, eins von beiden. Petret, warte, 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 warte. Noch nicht approachen, noch nicht approachen. Noch nicht rangehen, noch nicht rangehen, Jungs. Aber er ist nicht schlecht, Digga. Pass auf, Digga. Easy, easy, easy. Er hat das Wasser runter. Ja, Digga, was ist das? Echt jetzt? Da lagen ein paar. Stimmt, Digga. Die liegen da wie Sommerschlüssel drauf, Digga. Er ist da unten im Wasser, oder? Okay, lass ihn boxen, lass ihn boxen, oder? Er hat den Shotgun, er hat den Shotgun auf drei. Let's go! Oh mein Gott, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Nicht verlieren! Nicht verlieren, nicht verlieren! Nicht verlieren! Töte ihn, töte ihn! Ja! Oh mein Gott! Es wäre so dumm gewesen, Alter, wenn wir jetzt gestorben wären. Alter Schwede! Jungs, Jungs, Jungs. Ja, geile Runde, Mann. Extrem vieles Gas. Das war's auf jeden Fall von der Runde. Schön Runde mit den Buddys. Schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Und auch bei Petret, Leute. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Macht's gut, haut da rein. Ciao! Ich küsse eure Augen. Ich desenvolvfouleiten. Ich meinen, schon los. Vorwens. Ich küsse eure Augen. Ich küsse ich euch eigentlich lol canvas.